Bundesrätin Eveline Wittmer-Schlumpf besucht den Knast. Die Insassin ist schon seit acht Jahren im Arpshof. Sie erklärt der Bundesrätin ihre Arbeit in der internen Schreinerei. Den Strafabsitzen ist im Arpshof keine Option. Die Insassen werden hier intensiv betreut und können so eine handwerkliche Lehr machen. Die Justizministerin zeigt sich beeindruckt. Trotz offenem Vollzug stösst der Vorwurf der Kuscheljustiz bei ihr auf kein Gehör. Offen kuschelig ist es aber nicht. Sie haben ganz harte Vorgaben, harte Regeln, an die sie sich halten müssen. Wenn sie sich nicht daran halten, gibt es Strafen, also mit Einschliessung auch. Aber sie lernen die Eigenverantwortung für sich selber übernehmen. Sie lernen mit sich selber auch klar zu kommen, was eine Grundvoraussetzung ist, dass sie nachher auch im Leben wieder klar kommen, in der Gesellschaft klar kommen. Und von daher ist es sicher wichtig, solche Institutionen wie der Arpshof zu haben. Im Arpshof hat die Justizministerin die Insassen von einer anderen Seite kennengelernt. Sie müssen sich da mit ihren Taten auseinandersetzen. Das war für mich interessant, zu hören und zu erleben, wie sie sich selber einordnen können. Wie sie gelernt haben, mit ihrer eigenen Person umzugehen, zu ihrem Delikt zu stehen, zu ihrem ganzen Leben bis jetzt zu stehen. Auch zeigen, wo sie eigentlich hinwettend. Ich meine, die Auseinandersetzung mit sich selber, ehrlich, können darauf eingehen, warum man so etwas macht, wie sie gemacht haben, was der Grund ist, warum sie da sind. Und das nachher verarbeiten, das ist etwas vom Wichtigen, dass man nachher wieder den Tritt findet, wenn man wieder in der freien Gesellschaft ist. Die Rückfallquote ist bei diesem Strafvollzug erstaunlich niedrig. Aber auch da gibt es immer wieder traurige Ausnahmen. Der Mörder von Lucie hat mehrere Jahre im Arpshof verbracht. Am Schluss ist er trotz intensiver Betreuung rückfällig geworden. Man muss sehen, es gibt auch Grenzen von psychotherapeutischen Behandlungen. Es gibt so heftige Schäden, dass man am Schluss nur noch verwahren kann. Und so eigentlich eine Sicherheit der Angehung für die Gesellschaft. Und das ist jetzt so ein Fall. Oder man muss sagen, dort sind wir auch nicht mehr weitergekommen. Das System des Arpshofes wird trotzdem weitergeführt. Viele Insassen haben hier eine zweite Chance bekommen, die sie auch nutzen wollen.